Schöner Anfang auf jeden Fall. Ganz, ganz schöner Anfang. Oh ja. LOL. Was? Was? Direkt Highlight, oder? Direkt Highlight des Spiels. Alles ob! Jawohl! So, herzlich willkommen zu einer Runde Gun Game in Overwatch, beziehungsweise die nennen das Heldenrotation. Ja, das Ganze ist jetzt, äh, aufgenommen worden, als richtiger Spielmodi im Arcade. Und nicht mehr nur im Workshop, was ganz cool ist. Weil der Modus halt echt relativ einfach, aber cool ist. So, ne? Deswegen ist es cool, weil es cool ist. Macht Sinn. Ah, verdammt, okay. Ähm, man hat gewonnen, solange man in den ersten vier ist. Das heißt, das ist auch mein Ziel. Erster ist verdammt schwer. Machbar. Bisher auch nicht für mich, aber... Wenn ich in den ersten vier bin, bin ich ganz zufrieden eigentlich mit meiner Leistung. Okay, das war knapp. Und wer ist nach hinten gelaufen? Dann hätte sie es auch geschafft. Ja, perfekt. Das ist gut. Und mit Farah bin ich nicht so gut. Äh, gegen einzelne. Okay. Äh, erstmal weg. Dann erstmal kurz warten. Wobei, hätte ich schön blocken können theoretisch. Ja, okay. Gegen Farah ist kacke, somit Genji. Das kann sie knicken. Aber da oben geht die Party ab. Dann mische ich mich mal ein bisschen ein. Oh. Ja, schön. Hätten wir... Oh, jetzt kann ich mal da. Oh, jetzt kann ich mal da. Lol. Nein. Uh. Glück gehabt. Na, wo ist hier jemand jetzt? Da. Nop. 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 Ey, kann ich ja nicht so gut treffen. Holy crap! Das war megastark, ne? Ich, ähh... Bin gut im Nicht-Treffen-Milz-Niata. Das ist auch ne Kunst. Ah, ok, gut. Hätten wir auch. Platz 2. Nice! Wo ist jemand? Da. Oh, easy Perfekt Nein, das war sowas und mein Köln, Digi Nein Er war fucking low Ah Hallo Oh Shit Komm schon, nicht Führung verlieren Ich bin so gut dabei Das ist halt auch doof bei dem Spielmodus weil die Gegner können überall sein Du bist halt nirgendwo sicher Wenn du jetzt als Teamfightest dann hast du immer die Gewissheit, dass hinter dir safe ist Wow, Gott sei Dank Okay, das ist nicht so intelligent vor ihr Das war zu erwarten Ja, keine Chance Mei ist voll der gute Bastion Counter, merke ich gerade Mei ist definitiv ein guter Bastion Counter und Rotog auch Irgendwie ist hier ein Bastion Counter Außer ich Als Spieler Ich nicht Nein Oh, come on Sombra ist auch ein Bastion Counter Ach fuck, Alter Was ist das? Okay Ah, perfekt Ja Was? Das war nicht mein Kill Stealer Wer immer das war Er hat gestealt Das war sowas von mein Kill Gut Uh, das war actually knapp Will kurz sagen, dass ich irgendwie an der Mauer abpralle Fuck Ich kann noch nicht snipen Na, komm Oh, hallo Uh, Gott sei Dank Das war schlau Ja Gut, konnte ich nicht wissen Okay Ich bin noch drei vor dem zweiten Das sollte reichen Aber Vor dem fünften meinte ich Komm ich denn nicht, komm da nicht ran Okay Da kann man schon abstauben mit Sombra Das ist immer ganz nett What? Ähm, ja Der bin ich, okay Na, wo Okay Bin ich Leute, ich bin immer noch Dritter Nein Komm Oh, ah, hinter mir Okay, aber ich bin safe Ich bin safe Ui, ui Na, komm mal her Merci Wir kommen mal Ah, shit Sehr schön Ähm, da ist jemand Okay, die ist relativ low Nein, shit Ja Komm, komm, komm Ja Komm schon, bitte, bitte Naja, okay Okay, ich bin erster Ich bin erster, Jungs, komm Ich muss irgendwo abstauben Jetzt einfach Ja, ein Rotor abstauben Ist mal gut Erster Sieg, Jungs Ja Wie so ein Kleinkind Alles ob Ja, moin Perfekt So, wir haben jetzt auch eine Lootbox Perfekt Die öffnen wir noch So Ja Ja, Spiele-Icon Juckt keine Sau Süßes oder saures Ähm Ne Schön, äh Ich würde sagen Noch eine Runde Hallo Schön anfangen Auf jeden Fall Ganz, ganz schön anfangen Oh, ja Loll Was Was Direkt Highlight, oder? Direkt Highlight des Spiels Alles ob Jawohl Okay, ich muss erst mal ganz kurz runterkommen Junge, das ist nicht normal Was ist denn jetzt gerade los? Also, das ist natürlich immer so bei mir Okay, ich bin zwar gestorben Holy shit Alter, wie so gut verweichert Nie Das war ja unnormal Ich komme nicht drauf klar, ne? Na Muck nicht So Ah, verdammt Nicht mein Kill Uh, uh Ist sie tot? Ne, noch nicht Komm, den kann ich bekommen Ja Perfekt Uh, 10 HP hatte ich noch Uh, mein Vorsprung ist auch schon fast wieder weg Schade, es lief erst so gut Können wir mal ein bisschen rein späben Perfekt Hat einfach aufgehört, dann zu fighten So Okay Ich bin weg Shit Ja, okay Das war klar Das darf ich jetzt keinem erzählen Dass ich auf Long Range gegen den Sinatra verloren habe Nein Junge Das ist doch nicht wahr Komm Ja, okay Oh, oh Nein Von zwei Seiten hier gesandwiched Gar nicht lecker Komm schon Mein Vorsprung darf jetzt nicht kaputt gehen Sehr schön Und ich platziere mal hier oben ins Eck So Und schaue jetzt einfach, wo ich ihn abschauen kann Das ist so die perfekte Taktik mit Sombra So hier Oh Ja Den hätte ich theoretisch abstauben können Ähm Was mache ich jetzt? Gehe ich weg? Ne Also halt so Normal weg, ne? Perfekt, mein Kill Auch mein Kill Auch mein Kill Oh, ja Neue Killstreak Jawohl Auch meiner Noch vier Okay Nein, 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 nein Ja, okay Nein Na, shit Okay Ähm Jo Jo Mit sieben kills abstand Wenn ich erste Okay Ähm Ja Ja Oh mein Gott Komm, komm, komm Nein Nein Sie war fast tot Sie war fast tot Oh mein Gott Komm jetzt Bitte Wo ist hier jemand Wo ist jemand, wo ist jemand, der ich killen kann Bitte, ah shit Da war nur eine Moira Die ganze Zeit Mit ihrer Ult Und die kriege ich nicht so leicht down Komm, komm, komm Nein Das ist doch nicht wahr Das ist nicht wahr Das ist nicht wahr Danke Komm, 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 komm Verdammt Ach, war es das Ich habe es erwischt Jungs Jungs, Alter Wenn das kein Like wert ist Wenn das kein Like wert ist Und ich habe nicht mal das Highlight What Ich war absolut krass Wunderbar Dann bewert den Part Haut rein Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dann hin Bis dann hin Ciao